Hier ist Green and you shall not pass. Das sind unsere Themen. Hobbit, zurück nach Mittelerde. Die Faktenflut zum Herr der Ringe und die Top 7 der Peter Jackson Filme. Ja, der Ring sie alle zu knechten. Mittlerweile ist er eingeschmolzen und was kann jetzt noch kommen? Natürlich die Vorgeschichte zum Herr der Ringe. Der kleine Hobbit bzw. der Hobbit, wie er hieß bei John Ronald R. Tolkien. Viele Fans haben schon seit Jahren drauf gewartet. Es gab Querelen, aber jetzt ist er endlich da. Endlich können wir dieses kleine Buch auch im Kino bewundern. Und so klein ist es gar nicht mehr, denn es wird wieder drei Filme geben. Der erste Teil, eine unerwartete Reise, läuft jetzt an in einem neuen Bildverfahren mit mehr Frames, als jemals auf die Leinwand gepasst haben. Wir kehren mit euch zurück nach Mittelerde und verraten euch, ob es was taugt. Der Hobbit. Bilbo wollte im Auenland doch nur seine Ruhe haben und das Leben genießen. Doch Gandalf und eine ganze Horde Zwerge machen ihm da einen Strich durch die Rechnung. Denn die kleingewachsene Truppe, angeführt von Thorin Eichenschild, unterliegt der irrigen Annahme, der gemütliche Hobbit wäre ein Meisterdieb und heuern ihn an, um einen Zwergenschatz vom smarten Drachen Smaug zurückzustehlen. Und so beginnt das erste von Bilbos Abenteuern. Eigentlich wollte Peter Jackson den Hobbit gar nicht verfilmen, nachdem er den Herr der Ringe bewältigt hatte. Dann wollte er nur produzieren, die Regie aber seinem Kumpel Jeliamo del Toro überlassen. Doch Finanzierungsprobleme verzögerten den Dreh so lange, bis der keine Zeit mehr hatte und schließlich setzte sich Jackson doch selbst auf den Regiestuhl, um die Vorgeschichte der Regie-Trilogie zu erzählen. Unterstützt wurde er dabei von Gollum-Darsteller Andy Serkis, der mit einem zweiten Team Szenen drehte, denn schon bald eskalierte auch dieses Projekt und aus dem Hobbit wurden erst zwei und schließlich drei Filme, von denen eine unerwartete Reise der erste ist. Was Kenner des Buches verwundern mag, denn die knapp 320 Seiten lange Hobbit-Story scheint auf den ersten Blick gar nicht genug Stoff für drei Teile zu liefern. Doch Jackson, seine Frau Fran Walsh und Philippa Boyens, die das Drehbuch schrieben, bedienen sich einfach bei den ausführlichen Anhängen zu den Büchern, in denen Tolkien vieles unterbrachte, für das in der Hauptstory kein Platz war. Und auch das Hilmarillion böte mehr als genug Stoff, doch daran haben die Macher nicht die Rechte und Tolkiens Erben, die keine großen Fans der Filme sind und sich gerade wieder einen Rechtsstreit mit Warner liefern, werden sie so schnell wohl auch nicht herausrücken. Wenn Beutlin verliert, fressen wir es ganz auf. Einverstanden. Die ersten Reaktionen sind nach der Premiere in Neuseeland vom ersten Teil in jedem Fall wieder begeistert und auch die Kontroverse um die höhere Bildrate scheint dem Erfolg nichts anhaben zu können. Auch wenn die Kritiken nicht so gut waren wie bei Herr der Ringe, reicht es für den ersten Teil vom Hobbit für 7,5 Punkte. Wir haben euch gebeten, uns eure Meinung zum Hobbit in einem Satz zu schicken. Ich höre zur Zeit das Hörspiel vom kleinen Hobbit zum Einschlafen. Aber ich bin mir sicher, dass der Film nicht zum Einschlafen sein wird. Endlich mal ein guter Grund, nicht ins Kino zu gehen. Ich freue mich besonders auf haarige Füße und kleine zwergwüchsige Menschen. Ganz egal wie die Kritiken werden, nichts wird diesen Film davon abhalten, zu einem mega Erfolg zu werden. Denn dazu haben viel zu viele Leute diese Serie in ihr Herz geschlossen und wissen mittlerweile wirklich alles über ihren Herr der Ringe, über die gesamte Trilogie. Was ist schon Star Wars? Es gibt nur die Ringe und vielleicht gibt es doch noch ein paar Sachen, die ihr dazu lernen könnt. Schaut doch mal nach in unserer Faktenflut. Die Faktenflut zu Herr der Ringe und der Hobbit Peter Jackson klapperte Ende der 90er Jahre fast jedes große Filmstudio in Hollywood ab, aber keines hatte den Mut, die Verfilmung von Herr der Ringe zu finanzieren. Bis auf New Line Cinema. Deren Boss war begeistert und sagte, wir machen das, aber wir drehen natürlich nicht nur zwei Filme, sondern drei. Gandalfs echter Name war Olorin. Manchmal nennt er sich allerdings auch Tarkun oder Mithrandir. Andy Serkis spielte nicht nur Gollum via Motion Capture, sondern er führte auch Co-Regie beim Hobbit. Außerdem lieh er dem schwarzen Reiter in die Gefährten seine Stimme und er spielt natürlich Smeagol. Flexibel war auch John Rhys Davis, der als Indiana Jones Kumpel Salah berühmt wurde. Überzeugend spielte er einen Zwerg und das, obwohl er 1,85 Meter groß ist. Die kleinen Sets, die Miniatures, die für Herr der Ringe konstruiert wurden, waren zum Teil bis zu 5 Meter hoch. Deswegen fingen die Macher an, sie Bigotures zu nennen. Die meisten Szenen mit Hobbits und Zwergen wurden nicht digital getrickst, sondern mit Perspektiventricks und kleinwüchsigen Doubles realisiert. Die meisten Pfeile, die Legolas so blitzschnell verschießt, sind nicht echt, sondern stammen aus dem Rechner, denn Orlando Bloom ist leider nur ein Mensch und kein Elbe. Die erste große Verfilmung von Herr der Ringe stammt von Ralph Bakshi, der durch Underground-Animationsfilme wie Fritz the Cat berühmt wurde. Er verwendete damals eine Mischung aus Realfilm und Zeichentrick, um Mittelerde zum Leben zu erwecken. Leider erzählte der Film nur die halbe Story und da er kein großer Erfolg wurde, drehte Bakshi nie das Finale. Ian Holm, der den alten Bilbo spielt, kannte sich mit den Hobbits damals schon bestens aus, denn schon 1981 sprach er Frodo in einer BBC-Hörspiel-Version von Herr der Ringe. Christopher Lee ist absoluter Tolkien-Experte, liest die Bücher einmal pro Jahr und ist der einzige der Crew, der Tolkien noch persönlich getroffen hat. Eigentlich sollte Guillermo del Toro, der Regisseur von Pan's Labyrinth und den Hellboy-Filmen beim Hobbit-Regie führen, doch die Finanzierungsquerelen haben sich so lange verzögert, bis er schließlich keine Zeit mehr hatte und ausstieg. Peter Jackson sprang ein und das, obwohl er nach Herr der Ringe geschworen hat, niemals den Hobbit verfilmen zu wollen. Viggo Mortensen, der Aragorn spielt, ist hart im Nehmen. Als ihm während einer Kampfszene ein halber Zahn weggeschlagen wurde, wollte er ihn einfach festkleben und weiterkämpfen. Bei einer Szene brach er sich sogar den Zeh, was dazu führte, dass sein Schmerzensschrei im Film besonders authentisch wirkte. Die Hauptdarsteller der Ringe wollten eine bleibende Erinnerung an den Dreh haben und ließen sich deswegen alle dasselbe Tattoo stechen. Es ist die Zahl 9 auf Elbisch für die neuen Gefährten, die sich auf den Weg machen. Nur John Rhys-Davis wollte kein Tattoo haben, das ließ sich dafür dann sein Stunt-Double machen. Fast alle Darsteller im Film trugen Perücken und die Hobbits hatten sogar zusätzlich noch künstliche Füße. Die mussten dann nach jedem Drehtag mühevoll abgebastelt werden, was ein bisschen eklig war, weil sich darin der Fußschweiß eines kompletten Tages angesammelt hatte. Damit Frodo ordentlich aus dem Mund schäumen kann, wenn Kanka oder Shilob ihn erwischt, steckte sich Elijah Wood einfach eine Alka-Seltzer-Tablette in den Mund. Arwen spielte in Tolkiens Büchern nur eine sehr kleine Nebenrolle. Die Macher haben diese allerdings erweitert, denn sie wollten eine starke weibliche Heldenfigur präsentieren können. Sean Connery sollte eigentlich Gandalf spielen, meinte aber er verstöhne die Story nicht und lehnte ab. Nach dem Erfolg des ersten Ringfilms bedauerte er diese Entscheidung und nahm daraufhin die Hauptrolle in einem anderen Film an, den er nicht verstand. Alan Quarterman in Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Ein Megaflop, nachdem sich Connery dann von der Schauspielerei zurückzog. Die erste Tolkien-Übersetzung von Margaret Karoo entstand in enger Zusammenarbeit mit Tolkien und ist für viele Fans bis heute die beste. Sie macht aus dem Shire das Auenland aus Elfs, Elben und aus Shilob, Kankra. Die neue Übersetzung von Wolfgang Kriege, die versucht, Tolkien-Stil differenzierter darzustellen, ist vielen Fans allerdings viel zu flapsig. Statt Herr Frodo nennt Sam ihn dort einfach Boss. Der komplette Herr der Ringe hat 1100 Seiten und wurde in drei Filmen erzählt, die zusammen 11 Stunden und 22 Minuten laufen in der Extended Edition. Der Hobbit hat nur rund 300 Seiten, ist also wesentlich dünner und schon der erste Film läuft 169 Minuten. Kevin Smith macht sich in Clerks 2 gekonnt über die Trilogie lustig. Die älteste und berühmteste Parodie auf den Herrn der Ringe nennt sich Board of the Rings bzw. Der Herr der Augenringe, stammt schon aus dem Jahr 1969 und die Helden heißen dort Dildo, Frito, Pepsi und gut Golf. Als Gollum einen MTV Movie Award gewann, bedankte er sich auf seine ganz eigene Art. Ebenfalls für den MTV Movie Award mutierte Jack Black zum Hobbit. Er trug den Ring allerdings nicht am Finger, sondern weiter unten. Der Ring im Film wurde von der neuseeländischen Firma Jens Hansen in Nersen geschmiedet. Dort kann man sich auch einen echten Ring-Ring bestellen, auch wenn er nicht dazu taugt, sie alle zu knichten. Stephen Fry hat dem Hobbit einen kurzen Gastauftritt als Master of Lake Town. Peter Jackson ließ ihn dafür furchtbar schminken und zwang ihn, Hoden zu essen, wie Fry in einem Interview verriet. Für den Hobbit kamen nicht nur viele Darsteller aus den Herr der Ringe-Filmen wieder zusammen. Er vereinte auch die beiden Hauptdarsteller aus der Serie Sherlock. Martin Freeman, besser bekannt als Watson, spielt den jungen Bilbo und sein Sherlock Holmes alias Benedict Cumberbatch verleiht dem Drachen Smaug seine Stimme und außerdem spricht er auch noch den unheimlichen Necromancer. Gandalf-Darsteller Ian McKellen hat in einer Talkshow jetzt schon seine Wünsche für eine Fortsetzung bekannt gegeben. Er wünscht sich einen schwulen Herr der Ringe mit dem Titel Gandalf the Gay. Dort würde er auch verraten, welches sein Lieblingszwerg ist. Und dabei dachten wir, dass die Hobbits eh alle schwul wären. Für die meisten ist Sir Peter, wie er mittlerweile genannt wird, natürlich nur eins der Herr der Hobbits. Der einzig wahre Meister über Mittelerde. Aber er hat nicht immer so angefangen. Seine Anfänge waren nämlich ganz schön gorg, blutig, splatterig und etwas, was man dem Mainstream-Publikum so gar nicht zumuten würde. Wir haben mal einen Blick in seine Filmografie geworfen und präsentieren die euch jetzt mit unserer Top 7 der Peter-Jackson-Filme. Der Riesenaffe mit dem großen Herzen war ein Herzensprojekt von Jackson, der schon als Kind selbst Stop-Motion-Monster zum Leben erweckte. Natürlich war der Film ein bisschen lang geraten, aber das alte New York sah nie schöner aus und der verliebte Riesengorilla starb nie dramatischer. King Kong ist unser Platz Nummer 7. Jacksons erster echter Film mit viel Enthusiasmus und absolut ohne Geld gedreht ist ein ziemlich trashiger Mindfuck. Außerirdische, die Menschen als Rohmaterial für eine intergalaktische Fast-Food-Kette abernten wollen, stoßen auf den erbitterten Widerstand einiger debiler Neuseeländer und alles endet in einem gigantischen Gemetzel. Bad Taste ist unser Platz Nummer 6. Notgeile Puppen als X-Rated Muppet Show, die koksen, ficken, morden und singen. Das krasse Gegenprogramm zur liebenswerten Hänsembande ist Kult und immer noch grandios WTF eklig-witzig. Mit Songs über Sodomie, Amoklaufenden Nilpferden und journalistischen Schmeißfliegen landet Meet the Feebles auf Platz Nummer 5. Ein Phantomkiller lehrt Michael J. Fox das Fürchten, der als Trickbetrüger mit ein paar Geisterkumpels ein einträgliches Geschäft aufgezogen hat. Doch plötzlich wird aus dem Spaß brutaler Ernst und Jacksons erster Mainstream-Film ist zwar weniger bekannt, aber auf jeden Fall sehenswert. The Frighteners ist unser Platz Nummer 4. Der Splatter-Film, der bis heute als das größte Blutbad der Filmgeschichte gilt und obendrein auch noch als witzigstes. Denn ernst nehmen kann man diese überdrehte Horror-Fast beim besten Willen nicht. Die Hardcore-Version von Oedipussy ist krass krank und genial. Braindead ist unser Platz Nummer 3. Der erste Film, mit dem Jackson bewies, dass er auch ernsthaft kann. Die Freundschaftsgeschichte zweier Außenseiter, die sich in fantastische Traumwelten flüchten, basiert auf einem wahren Kriminalfall und zeigt, dass Kate Winslet auch vor Titanic schon eine Karriere hatte. Heavenly Creatures ist wunderschön, mitreißend und poetisch und unser Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 kann natürlich nur nach Mittelerde gehen, denn was für George Lucas Star Wars ist für Jackson der Herr der Ringe. Egal wie gut die Hobbit-Filme werden, die Ring-Trilogie ist sein Vermächtnis, ein einzigartiges, ambitioniertes und fesselndes Stück Kinogeschichte, das trotz seiner Schwächen überzeugt und begeistert. Die Herr der Ringe-Trilogie ist unser unangefochtener Platz Nummer 1. Das war sie, die Rundum-Sorglos-Packung rund um den Hobbit. Und daran anschließend, bevor wir zum Schluss kommen, gibt's auch die Frage der Woche, denn ich möchte von euch wissen, die HFR, die High Framerate, die viel beworbene, höhere Bildfrequenz, mit der der Hobbit gedreht wurde. Interessiert euch das? Findet ihr das spannend? Geht ihr vielleicht sogar extra in ein Kino, das den Film in dieser HFR projiziert oder sagt mir, scheißegal, ich will einfach nur nach Mittelerde, egal wie? Schreibt mir die Antworten zur HFR, zur High Framerate unten in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich was ist, was sich durchsetzen wird oder sagt ihr, nee, ich will's auch gar nicht sehen, sieht mir viel zu sehr nach Video aus. Eure Kommentare sind wichtig unten. Ja, in der nächsten Woche, da wird's dann auch wieder fantastisch, allerdings nicht Fantasy-mäßig, sondern fast zu Hype, denn da kommt Life of Pi. Und das ist eine ziemlich spannende Geschichte von einem Jungen, der erleidet Schiffbruch und ist dann auf einem kleinen Rettungsboot gefangen mit einem Tiger. Ob das gut ausgeht, das erlebt ihr in der nächsten Woche, außerdem gibt's den ziemlich knallharten Cops-Thriller mit Jake Gyllenhaal, der heißt End of Watch, ist aber noch eine Weile hin, ist erst in der nächsten Woche. Bis dahin könnt ihr erstmal ins Augenland abmarschieren oder ihr guckt euch jetzt noch eins von den verlinkten Videos an. Ich hab mich nämlich zum Start von Ralf Reichs mit dem Regisseur Rich Moore, der hat früher bei den Simpsons-Regie geführt unterhalten, der hat uns eine ziemlich geile Führung durch die Studios gegeben. Außerdem gibt's natürlich noch die Faktenflut zu Star Wars, lohnt sich auch nochmal anzuklicken, es gibt also noch eine ganze Menge zu tun, bis wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und verteilt's mal und sagt mal ein paar Leuten mehr, dass ihr sich mal Screen angucken sollen oder ihr sagt, bäh, geht einfach ins nächste Zimmer und schreit ein bisschen die Wand an. Wir sind uns nächste Woche Donnerstag wieder bei Screen, bis dahin, checks, flex und relax und wie immer, viel Spaß im Dunkeln. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann geht es um Video, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin.